Also, komm. Wir sind rausgegangen, haben dort einen Junge gesucht, der war im gleichen Alter wie meine Kinder, und konnten ihn nach ein paar Stunden der Familie wieder wohlbehalten und zurückgeben. Das war wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern, alles miteinander. Deswegen haben wir einfach nur noch kalt den Rücken abgelaufen. Und genau für das trainieren wir uns. Genau das tun wir unsere Energie einsetzen. Helfe Leben retten. Engagier dich bei Redoc.